Hey Freunde, was geht hier am Start? Euer Boomtail. Mit dabei ist heute mal leider niemand. Wie ihr seht, habe ich ein neues Spiel. Ihr denkt gerade eben das normale Poppy Playtime. Nein, ist es nicht. Es ist Chapter 2. Und das Game ist gerade eben noch ein kleines bisschen in der Beta, denke ich. Wenn ich jetzt mal beides auf Best mache, legt es dann. Ja, ziemlich, ja. Dann müssen wir jetzt mal kurz einstellen. Texturqualität. Medium. Shadows. Medium. Reflections. Medium. Jetzt sieht es nämlich schon mal so aus. Jetzt ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen flüssiger. Jetzt müssen wir aber auch noch etwas anderes noch einstellen. Machen wir jetzt mal nur auf Medium. Okay, hier müssen wir auf High. Weil Leute, ich habe halt auch nicht den besten Laptop, leider. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Also, wie ihr seht, wir spielen Poppy Playtime. Es wird geil. Das ist mein erstes Mal gerade eben Poppy, heute, äh, mal das Poppy Playtime Chapter 2 zu spielen. Deswegen bin ich auch noch nicht so gut. Leute, ich glaube, wir können nicht mehr bis zum Ende schaffen. Wir müssen doch alles mal auf, ähm, hier im Medium. Weil ich nicht den besten Laptop habe. Oha, wie weit ich geflogen bin. Ja, Leute, ich weiß, die Qualität sieht gerade eben richtig Baba aus. Sie sieht gerade eben richtig Kaka aus. Und, ähm, ja, anders geht's leider nicht, weil ich halt auch einen schlechten Laptop habe. Schade, uns müssen eigentlich auf High. Jetzt sieht es nämlich so aus. Und mich ruft gerade ein Freund von mir an. Da muss ich mal kurz dran gehen. David, ich kann gerade eben nicht. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme in Poppy Playtime Chapter 2. Was? Das geht nicht. Ich bin, ähm, in Poppy Playtime. Deswegen, ich kann leider nicht damit schauen. So, jetzt endlich. Leute, der ist echt nervig, dieser David. Der ruft mich immer an. Wenn ich ablehne, ruft er noch öfters an. Ari, falle um. So. Wie ihr es ja auch merkt, ich habe nicht den besten PC. Deswegen kann ich leider nicht die Grafik, ja, die beste Grafik nehmen. Aber ich versuche, das Beste für euch zu geben für das Game. Okay, ich kann, ich muss auf Low machen. Ach, du heilige Kacke, sieht Low schlecht aus. Das ist ja alles in der schlechtesten Qualität, die ich jemals gesehen habe. Die zwei Dinger kann ich auf Medium. Okay. Settings. Reflections Medium. Also, Schatten kann ich auf Medium. For Glow. Äh, ne. Lass ich mal auf Low. Wir müssen das jetzt nämlich alles perfekt einstellen, damit ich alles gut durchspielen kann. Wo kann wieder nach unten? Weil Leute, ich kenne mich nicht gut hier aus. Jetzt, machen wir mal kurz hier wieder das alles rein. Das habe ich vorher schon raus. Also. Das ist gerade eben nur die, ähm, Bildschirm-Dings. Dann machen wir mal kurz das hier auf. Äh, nicht auf Best, High, Medium, Low. Jetzt wird das Ganze nämlich so aussehen. Das ist die schlechteste Qualität, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wenn wir es alles auf High packen, dann ist er auch schon flüssig. Wenn wir das jetzt noch auf, ähm, High packen. Wenn wir es jetzt auf Best packen. Dann sieht es richtig krass aus. Aber lag, äh. Deswegen können wir leider beides nur auf High machen. Ich versuche auf jeden Fall, bis zu meinem Geburtstag, also an meinem Geburtstag, einen besseren PC zu haben. Weil Leute, ihr seht gerade eben, es flackert ziemlich. Aber jetzt ist es ja, jetzt ist es viel besser. Aber ist jetzt auch egal, jetzt, wo ist jetzt Poppy? Man kann auf jeden Fall diese Dinger hier einsammeln. Ja, die habe ich jetzt im Inventory. Einsammeln. Einsammeln. Ich glaube, hier kommt gleich Poppy aus dem Schacht. Irgendwas ist hier komisch. Ich habe sie zu... Ah, ich muss die Diske erstmal rein, die da auf dem Tisch liegt. Bäm. Das könnte heute eine lange Folge vielleicht auch werden. Weil... Vielen Dank. 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 Gleich seht ihr's. Jetzt kommt. Und die Hand kommt. Jetzt müssen wir hinterher springen. Oh, ich bin... Rutsche. Elliot Ludwig. Ich kenne diesen Trick von hier. Diesen böser Trick. Aber triggern können die mich nicht. Ich bin zu gut für... Höh? Höh? Ah, stimmt. Wollt grad schon sagen. Muss hier so rum? Höh? 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 Wenn ich es jetzt so mache? Ah! Ne, das klappt nicht. Bin ich wirklich so dumm für das Game? Anscheinend ja. Hä? Hä? Ich bin anscheinend so dumm für das Game. Wenn ich das jetzt so mache und jetzt das hier verbinde. Wenn ich das jetzt hier nämlich verbinde, dann geht das hoch. Ich glaube, ich glaube, jetzt habe ich den Sinn verstanden. Oder? Ich habe keine Ahnung. weil wenn ich das jetzt so hinmache, wenn ich das jetzt verbinde, dann geht die Linie dort weg. Was ist halt das Problem? Warte mal! Ich habe es gecheckt. Ja! Boah, das ist schwierig. Es geht los zur Game Station. Wuh! Ja! Und in Rotan? Wuh! Und hat viel Hilfe! Meine Hand! Gib mir meine Hand wieder! Meine Hand wird sich rächen. Meine Hand kommt später in dein Gesicht geflogen. Oder eher ein Schredder. Jetzt rede mal fertig. Ich habe noch Termine. Fress mich halt gleich auf. Die sieht schon irgendwie creepy aus. Ich finde das jetzt voll komisch, weil ich meine zweite Hand verloren habe. Leute, ich kenne hier oben ein Secret. Aber ich meine, es gibt da oben irgendwo etwas, was man nur bekommen kann, wenn man hier ist. Also diese Thanos-Hand dort ist nicht. Irgendwo hier ist es. Ich weiß aber nicht mal mehr wo. Alter! Fällt euch das da vorne beim Fenster auf? Die benutzen da Lichter? Damit es so aussieht, als wäre das richtig schön. Ach du Heilige. Hier sind ja alle verrückt, ey. Ich dachte gerade die Figur, da hat sich bewegt. Welches geht auf? Lass... Geht es jetzt auf? Was ist jetzt hier bei ihr noch drauf drücken? Ging voll spät auf, ey. Es gibt einen Glitsch, wie man sich hier durchglitschen kann und die grüne Hand nicht braucht. Nämlich... Wir gehen einfach mal hier hoch... Und ihr müsstet ja, glaub, wissen... Glaub ich, ich weiß es nicht. Irgendwo liegt hier die Figur. Die müssen wir mitnehmen. Man kann sich, aber ich glaub, das geht nicht. Man kann sich nämlich ohne grüne Hand dort irgendwie reinglitschen mit der Leiter. Die müssen wir mitnehmen. So? Weil wir spielen nicht richtig. Wir spielen mit Glitches. Weil es gibt nämlich einen Glitsch. Wenn wir jetzt die Leiter hier hinziehen, so... So noch ein bisschen hinstupsen. Jetzt hier drauf gehen, springen und uns gleichzeitig ducken. Kann man da irgendwie rein. Aber ich denke, die haben das schon gefixt jetzt hier. Dann müssen wir halt die grüne Hand machen. Und irgendwie kommen wir doch auch da rein. Ein Putzwagen? Oh, geil. Hui! Bin ich jetzt in die richtige Richtung? Okay, und... Wir sind jetzt hier. Ah, Licht dran. Was muss ich jetzt die Disc hier noch einmachen? Bei den anderen musste man die Disc nie reinmachen. Hier müssen wir das wieder hin biegen. Hier müssen wir das wieder hin biegen. Jetzt. Jetzt seht ihr. Werden die Hände gemacht und es leckert eben wie stark. Ach so, doch nicht mehr. So, jetzt werden sie gedreht. So, ich glaube, auf die Hand. Ne, jetzt werden die Hände, glaube ich, ausgetauscht. Ich habe keine Ahnung. Mann, ich bin neu in diesem Game. Ich gucke mal kurz, bei wie vielen Minuten aufnehmen wir schon sind. Und bei zwölf Minuten erst. Dann spielen wir noch ein bisschen weiter. Jede Folge geht mindestens 20 Minuten bei uns. Okay. Für das Letzte brauchen wir einen Farbeimer. Ja, stimmt. Ich wollte es mal sagen. Irgendwie muss doch nur... Jetzt weiß ich es. Jetzt muss ich aber nur noch nach der Farbe suchen. Ich habe von Anfang an nie gecheckt, wo die Farbe ist. In Roblox war die nämlich irgendwo nirgendwo immer. Also, da hinten so war die in Roblox immer, aber... Ist das der Farbeimer? Hm, 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 hm. Bin ich lost oder so? Ich bin, glaube ich, zu lost für das Game. Wo ist der Farbeimer? Wir müssen mal nochmal nachgucken. Ey, wenn ich jetzt schon wieder gestummt wäre. Ich hätte mich selber aus dem Fenster geschmissen. Also, hä, wo gibt es aber den Farbeimer? Hä? Farbeimer, Farbe... Hä, ach, der Heilige. Bin ich wirklich schon so dumm? Also muss ich jetzt hier draufklicken? Wenn ich jetzt aber draufklick, dann... Äh, akzeptierst du mal wieder nicht. Muss ich jetzt schon hoch, oder was? Vielleicht liegt ja oben der Farbeimer. Oder wo auch die Maschine ist. Na ja, hier ist so. Okay. So. Jetzt können wir es färben. Jetzt kommt mein Haschspiel. In dem Spiel bin ich so richtig schlecht. Da muss ich jetzt, ähm, meine Kusshörer einstecken. Weil, ähm... Oh, ich höre nicht los. Ich muss jetzt auch selber hören. Weil wir hören. Jetzt ist es nämlich sehr gruselig für mich. So. So. Ja, jetzt geht's los. Ich hab die ganze Zeit hier irgendein... Kommt der Ton von YouTube? Oder woher kommt der? Woher kommt die ganze Zeit nicht so Ton? Ich check grad eben gar nichts. Weil... Hä? Ist der vom Game? Nee. Dann kam er, glaub, von Roblox, oder? Yeah. Wir haben unsere Hand. Leute, habt ihr schon mal die grüne Hand in Poppy Playtime gesehen? Ich auf jeden Fall noch nicht. Ah, stimmt. Man muss die aufladen und jetzt aufmachen. Haben sie das grad eben nicht gecheckt. Bin ich dumm? Was ist das hier? Huch, hab ich mich grad erschrocken. Jetzt geht's zu diesem Sassenhase. So. June 28? Bestimmt nicht, da. Aber... Get up. Hä? Ich hab verloren? Ich hab verloren? Hä? Wie ist das möglich? Oh, ist das möglich? Aber... ... Wey, 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 wey. Playtime call? Wey, 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 wey. 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 Wey, 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 wey. Vielen Dank. Vielen Dank. Juckt es mich was? Was? Green, blue, yellow, green, blue, blue, yellow, green. Oh. 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 Red. 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 Green. Red. What? Red. 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 Was? Orange, white, blue Violet Orange White, blue Violet Green Green Orange Blue Abschiss Ich hatte dieses Level Ich hatte diesen komischen Hase Der ist viel zu schwer Der ist die ganze Zeit hin und her, hin und her MAUS MAUS Meine, meine, meine Maus-Batterie Violet Violet Red Red Orange Violet Red Orange 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 Huh Was? Violet Red Orange 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 Red Red Get weg Or Orange Green Orange White Green 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 Red Heart Yellow Was? Blue J Heart Yellow Scheiße Blue Blue J Heart Mama Ich krieg das einfach nicht hin, es ist so schwer Oh Jetzt ab Ich fühle zu schwer Mit diesem Halt Wenn es ja noch diese Farben sind, dann verstehe ich es, dann ist es ja noch einfach Aber wenn es auf einmal Und Freunde, wir würden da noch was sagen Das war es mit dem Video, ich hoffe euch hat es gefallen Wenn ihr ja noch mal abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr Wenn euch so welche coolen Videos mehr verpasst wollt Und tschüssi Und 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 Und